Liebe Zuschauer, heute werde ich euch von einem Mann erzählen. Einst versuchte er, das Schicksal Deutschlands zu lenken, doch letztendlich verlor er sich selbst in seiner eigenen dunklen Essenz. Paul Josef Goebbels Mit seinen Worten vermochte er Massen zu begeistern, ein Meister der Propaganda, der gleichermaßen Bewunderung wie auch tiefe Furcht hervorruft. Obwohl er vor fast einem Jahrhundert lebte, behält seine Geschichte noch immer ihren geheimen Charakter und zieht unsere Aufmerksamkeit auf sich. Wie kann ein Mensch derart in einer großen Ideologie gefangen sein? Was hat dazu geführt, dass ein Individuum zur Waffe wurde, um diejenigen zu vergiften, die sich seiner Macht nicht beugten? In diesem Video werden wir einen Blick in Goebbels Leben werfen und die Hintergründe dieser komplexen Figur enthüllen. Doch ich warne euch, wir werden uns dabei mit schwierigen Wahrheiten konfrontiert sehen. Seid ihr bereit? Dann tauchen wir ein in die Welt von Paul Josef Goebbels und entdecken die fesselnde Geschichte einer der dunkelsten Epochen der Geschichte. Obwohl der Zweite Weltkrieg im Allgemeinen mit militärischen Angelegenheiten in Verbindung gebracht wird, darf die Bedeutung der Propaganda im Krieg nicht vernachlässigt werden. Während des Ersten Weltkriegs konzentrierten sich die Propagandaaktivitäten hauptsächlich auf Plakate und Versammlungen, aber mit dem Fortschritt der Technologie nahmen sie im Zweiten Weltkrieg eine andere Dimension an. Während des Krieges wurden unabhängig von den beteiligten Parteien weltweit Propagandaaktivitäten durchgeführt. Eine der Länder, die diesem Thema besondere Aufmerksamkeit schenkte, war Deutschland. Tatsächlich hatte Deutschland bereits lange vor dem Krieg im Jahr 1933 ein Ministerium für dieses Ziel gegründet. Wenn man an Deutschland und Propaganda denkt, kommt einem sofort Josef Goebbels in den Sinn. Heutzutage wird Goebbels oft als Propagandaminister bezeichnet, aber tatsächlich lautet der vollständige Name des von ihm geleiteten Ministeriums »Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda«. Zu dieser Zeit kannten die deutschen Bürger dieses Ministerium als das Ministerium für Volksaufklärung, im Gegensatz zur heutigen Zeit. Paul Josef Goebbels, am 29. Oktober 1897 in der Stadt Reit geboren. Er wuchs in einer Mittelklasse-Familie auf und hatte fünf Geschwister. Sein Vater Fritz Goebbels war Fabrikarbeiter, und obwohl behauptet wurde, dass seine Mutter Katharine Maria jüdischer Abstammung sei, geht aus seinem eigenen veröffentlichten Stammbaum hervor, dass sie niederländischer Herkunft war. Obwohl die Familie finanziell begrenzte Möglichkeiten hatte, betrachtete sein Vater Josef als besonderes Kind und schickte ihn auf eine katholische Privatschule, damit er eine bessere Ausbildung erhalten konnte. Josef Goebbels hatte eine Entzündung in der Lunge und eine angeborene Krankheit, bei der das Knochenmark in seinen Füßen nicht entwickelt war. Sein rechter Fuß war nach innen gedreht und kurz. Er unterzog sich einer Operation, um das Gesundheitsproblem in seinem Fuß zu lösen, aber das Problem begleitete ihn sein ganzes Leben. Sein Fuß wurde mit einer Metallstütze verlängert, und er trug spezielle Schuhe. Aufgrund seiner Gehprobleme wurde er in späteren Jahren in Propagandafilmen selten beim Gehen gezeigt. Nun könnten Sie sich fragen, warum betrifft uns das? Goebbels, Gesundheitsprobleme spielen in einer späteren Abschnitt des Videos eine wichtige Rolle, in dem eine Propagandaaktivität untersucht wird. Die Familie von Josef Goebbels war katholisch und sehr religiös. Anfangs wünschte sich seine Familie, dass er katholischer Priester wird, aber Goebbels entfernte sich im Laufe der Zeit von der Kirche. Schon in jungen Jahren interessierte er sich mehr für das Lesen von Büchern als für das Spielen mit Freunden. Er nahm oft Notizen aus den Büchern und bewahrte sie auf. Als der Erste Weltkrieg begann, wollte auch Goebbels wie viele deutsche Jugendliche freiwillig zur Armee, jedoch wurde sein Wunsch aufgrund gesundheitlicher Probleme abgelehnt. Im Jahr 1917 besuchte er das Gymnasium. In der Vorbereitungszeit für das Studium erhielt er das Stipendium der Gesellschaft Albertus Magnus. Er legte großen Wert auf Bildung und studierte Literatur und Geschichte an den Universitäten Bonn, Würzburg, Freiburg und München. Im Jahr 1921 promovierte er an der Universität Heidelberg. Während seiner Doktorarbeit war sein Betreuer ein Jude, aber diese Tatsache störte ihn nicht. In den nächsten 20 Jahren schrieb er 14 Bücher. Er begann seine Karriere als Lehrer und war gleichzeitig als Journalist tätig. Seine Schreibfähigkeiten waren sehr stark und er verfasste Artikel über moderne Kultur und Antisemitismus. Im Sommer 1922 lernte Josef Goebbels eine Lehrerin namens Elsa Janke kennen. Zwischen ihnen begann eine emotionale Beziehung, die jedoch endete, als Janke ihm sagte, dass sie Jüdin sei. Goebbels konnte seinen Schreibdrang nicht unterdrücken, er führte ein Tagebuch und schrieb Stücke, jedoch brachten ihm seine Schriften keine finanziellen Gewinne ein. Das führte ihn zur Börse. Er begann als Angestellter in einer Bank in Köln zu arbeiten, obwohl er diesen Job nicht mochte, aber er musste es tun. Die Anstellung in der Bank dauerte jedoch nicht lange, und er wurde noch im selben Jahr entlassen. Mit 27 Jahren entschied er sich, deren Step zu folgen, und damit wurde die Partei zum zentralen Teil seines Lebens. Der Wendepunkt für Goebbels war eine Hausversammlung, die von der Partei organisiert wurde. Goebbels hielt eine leidenschaftliche Rede, in der er seine eigenen Ansichten und die der Partei vereinte. Die Parteiführung war von dieser Rede sehr beeindruckt und beschloss, Goebbels einzusetzen, um neue Mitglieder für die Partei zu gewinnen. Als Hitler und Goebbels sich zum ersten Mal trafen, hatte Hitler sich bereits etwas von der Partei entfernt. In dieser Zeit stieg Goebbels innerhalb der Partei auf. Tatsächlich glaubten einige Vertraute von Hitler, dass Goebbels eine Bedrohung für Hitler darstellte. Jedoch hatten Hitler und Goebbels ein Treffen, bei dem Goebbels seine Bewunderung für Hitler besonders betonte. Goebbels brachte Hitler gegenüber die Idee vor, dass sie klassische Propagandamethoden hinter sich lassen und Neuerungen einführen sollten. Zu dieser Zeit wurden Propagandaaktivitäten in der Regel mit Flugblättern, Plakaten, Wandbeschriftungen, Zeitungen und Kundgebungen durchgeführt. Goebbels Vorschlag war jedoch sehr interessant und eine bisher nicht ausprobierte Methode. Hitlers Kundgebungen sollten aufgezeichnet und an Parteizentralen in ganz Deutschland geschickt werden, um sie allen zugänglich zu machen. Josef Goebbels war Direktor der Zeitungen für die Nazipartei. Dank seiner literarischen Vorgeschichte und seinem Talent als Schriftsteller konnte er mit seinen Reden die Massen begeistern. Seine Äußerungen enthielten Rassismus, Feindschaft gegenüber Einwanderern und Hass gegenüber Intellektuellen, was Hitlers Aufmerksamkeit erregte. Goebbels wurde Hitlers engster Freund und treuester Anhänger. Eine weitere Methode, die Goebbels entwickelte, war die »Hitler überall«-Kampagne. Hitler reiste schnell mit dem Flugzeug und hielt an einem Tag in mehreren Städten Kundgebungen ab. Zudem wurden Flugzeuge genutzt, um Massen von Flugblättern abzuwerfen, anstatt sie einzeln zu verteilen. Dadurch sahen die Menschen überall Parteibroschüren und wurden beeinflusst. Mit diesen Wahlkampagnen wurde Hitler zunächst 1933 zum Kanzler und dann zum Führer. Als die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei an die Macht kam, wurde das Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda geschaffen und Josef Goebbels wurde mit diesem Amt betraut. Goebbels bewunderte Adolf Hitler regelrecht als die Person, die all dies erreicht hatte. Goebbels wurde zum Leiter des Ministeriums für Volksaufklärung und Propaganda ernannt. Sofort nach seinem Amtsantritt wurden alle publizistischen, literarischen und sprachlichen Äußerungen gegen die Partei und Hitler zensiert. Sogar alles, was ihren eigenen Überzeugungen widersprach, wurde verboten. Am 10. Mai 1933 wurden in 34 deutschen Städten mit Universitäten über 20.000 Bücher von Autoren, die auf einer Liste des Ministeriums standen, auf einem der wichtigen Plätze in Berlin, dem Babelsplatz, verbrannt. Dieses Ereignis wurde später als Bücherverbrennung bekannt. Die Verbrennung wurde sogar live im Radio übertragen und die Autoren der verbrannten Bücher wurden als Feinde Deutschlands erklärt. Hier fällt eine interessante Tatsache auf, wenn wir uns den Inhalt der verbrannten Bücher anschauen, können wir verstehen, dass Bücher von Autoren, deren Ideen im Widerspruch zur nationalsozialistischen Ideologie standen, wie Karl Marx oder jüdische Autoren, verbrannt wurden. Aber einige der auf der Liste aufgeführten philosophischen Bücher hatten weder etwas mit den Deutschen noch mit der Nazi-Ideologie zu tun. Historiker bezeichnen dies als Goebbels' Eifersucht. Es wird darauf hingewiesen, dass Goebbels aufgrund des Misserfolgs seines eigenen Buches und des Erfolgs anderer Autoren Rache mit seiner Machtposition genommen hat. Außerdem wurden Beschränkungen für öffentliche Versammlungen und katholische Bildung eingeführt. Während der Propagandaarbeit für die Nazi-Partei nutzte Goebbels besonders das damals beliebte Kommunikationsmittel Radio. Er strebte manipulative Sendungen an, um die Menschen zu beeinflussen. Doch das genügte ihm nicht. Radio war damals nur ein Gerät, das wohlhabenden Menschen vorbehalten war. Doch Goebbels wollte sogar diejenigen erreichen, die kein Radio zu Hause hatten, um sie ebenfalls zu manipulieren. Deshalb verteilte er kostenlose Radios an die Bevölkerung. Bücher, Kunstwerke und sogar Lieder, die nicht von ihm genehmigt wurden, dürften nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. In kurzer Zeit erlangte er die volle Kontrolle über alle Nachrichtenquellen in Deutschland. Sein Ziel war es, die Menschen durch eine Propagandaflut dazu zu bringen, Sympathien für die Nazi-Partei zu entwickeln. Er kontrollierte und manipulierte die Menschen, indem er Angstgefühle erzeugte. Dieses Ziel war für ihn wichtiger als alles andere, sogar wichtiger als sein eigenes Leben. Goebbels, unvergessliches Zitat lautet, Wenn man eine Lüge nur oft genug und groß genug sagt, dann werden die Menschen sie schließlich glauben. Diese Worte erklären im Grunde die Grundlage der Nazi-Propaganda. Das Schlüsselwort ist hier, Wiederholung. Goebbels nutzte Wiederholung, um die Menschen dazu zu bringen, an das zu glauben, was er wollte. Er war ein Meister der Lüge. Er verbreitete dieselbe Lüge immer wieder an das Volk, und so begann die Bevölkerung unwillkürlich, daran zu glauben. Seine Propagandatechniken waren äußerst raffiniert und beängstigend. Nach ihm sollte Propaganda von einer einzigen Quelle ausgehen, die die Gegenargumente beeinflussen kann, die Überlegenheit des Gegners niemals anerkennen, Probleme auf einen einzigen Punkt konzentrieren und die verwendete Lüge unbedingt groß sein. Einigen Historikern zufolge verfasste Hitler weniger aggressive Redetexte, aber Goebbels bearbeitete diese Texte mit seinen eigenen Propagandatechniken, um die Sätze aggressiver zu gestalten. Außerdem beherrschte er die Körpersprache und nutzte sie wie eine Waffe, um Menschen zu beeinflussen. In seinen Reden legte er manchmal seine Hände an die Hüften, um Autorität in bestimmten Situationen zu betonen. Manchmal hob er auch seine Hand vom Handgelenk ab, um mit erhobenem Zeigefinger Warnungen zu verstärken. All dies erforderte vor allem eine intensive Vorbereitung vor seinen Reden. Eine gute Regierung ohne Propaganda kann ebenso wenig bestehen, wie eine gute Propaganda ohne eine gute Regierung. Beide müssen sich einander ergänzen. Und wenn die jüdischen Zeitungen heute glauben, auf versteckte Drohungen, die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können, wenn sie heute glauben, unsere Notverordnungen umgehen zu dürfen, sie sollen sich tüten. Die Radiosendungen hatten nur eine auditive Wirkung und es wurde ein Medium benötigt, das die Menschen visuell anspricht. Dies sollte durch Filme erreicht werden. In Berlin befanden sich die Filmstudios Universum Film AG, UFA, die auf Stummfilme spezialisiert waren. Goebbels zwang diese Filmstudios, seinem Ministerium unterstellt zu werden. Goebbels und Hitler hatten ein großes Interesse an Filmen. Ihr erster Schritt bestand darin, alle amerikanischen Filme in ganz Deutschland zu verbieten, obwohl Adolf Hitler amerikanische Filme sehr mochte und eine einzigartige Sammlung von Hollywoodfilmen besaß. Goebbels wollte, dass alle, die in der deutschen Filmindustrie arbeiten, loyale Personen für ihn und Hitler sind. Natürlich wurden zuerst jüdischstämmige Schauspieler vollständig aus der deutschen Filmindustrie ausgeschlossen. Sogar Schauspieler, die mit einem Juden verheiratet waren oder eine Beziehung hatten, wurden aufgefordert, diese Beziehungen zu beenden. Darüber hinaus wurden hochdotierte Verträge mit berühmten europäischen, aber nicht deutschen Schauspielern abgeschlossen. Natürlich enthielten diese Verträge Klauseln, dass diese Schauspieler alles verlieren würden, wenn sie den Vertrag kündigen würden. Goebbels brachte erfolgreich Filme aus Amerika nach Deutschland und präsentierte sie dem Volk, indem er sie an die nationalsozialistische Ideologie anpasste. Einige Filme waren direkt darauf ausgerichtet, die Gedanken der Menschen zu beeinflussen. Diese Filme sprachen die Emotionen der Zuschauer an und lenkten sie in eine bestimmte Richtung. Wenn wir auf Goebbels angeborene erbliche Krankheit zurückkommen, starteten die Deutschen das Programm Aktion T4, um Menschen mit erblichen Krankheiten oder unheilbaren Krankheiten aus der Gesellschaft zu entfernen. Propaganda war einer der effektivsten Wege, um ihre Ideen in der Gesellschaft zu verbreiten. In diesem Rahmen wurde ein emotionaler Film namens »Ich klage an« gedreht. In diesem Film verliebt sich ein erfolgreicher Arzt in eine wunderschöne Frau und heiratet sie. Als die Frau an einer unheilbaren Krankheit erkrankt, bittet sie ihren Ehemann, ihr beim Sterben zu helfen. Daraufhin steht der Ehemann vor Gericht und sein Handeln wird als gerechtfertigt angesehen. Der Film war gut geschrieben und die Handlung wurde dramatisch inszeniert. Heutzutage ist dieser Film in vielen Ländern der Welt verboten und wird als einer der ethisch gefährlichsten Propagandafilme betrachtet. Interessanterweise litt Josef Goebbels, der maßgeblich an der Entstehung dieses Films beteiligt war, selbst an angeborenen erblichen Krankheiten. Dieser Film beeinflusste viele Familien dazu, die Teilnahme ihrer behinderten Angehörigen am Programm Aktion T4 zu akzeptieren. Dieses Ereignis ist ein gutes Beispiel für Gehirnwäsche. Josef Goebbels, ein umstrittenes Propagandagebilde, sorgte auch nach seinem Amtsantritt für Kontroversen im persönlichen Leben. Als Leiter der deutschen Filmindustrie hatte er die Gelegenheit, attraktive und reizende Frauen kennenzulernen und Zeit mit ihnen zu verbringen. Hitler legte jedoch großen Wert darauf, dass die Spitzenfunktionäre der Partei keine Beziehungen eingingen, die von der Öffentlichkeit kritisiert werden könnten. Die Führungskräfte sollten ein Vorbild für die Gesellschaft sein, und Hitler übte Druck auf Goebbels aus, damit er heiratet. So heiratete Goebbels Magda, eine fanatische Parteianhängerin, die als Sekretärin in Berlin tätig war. Die Trauung wurde von Adolf Hitler vollzogen. Sie hatten sechs Kinder, und seine Frau zeigte eine große Verbundenheit zu Hitler. Sie drückten ihre Liebe aus, indem sie ihren Kindern Namen gaben, die mit dem Buchstaben H begannen, dem Anfangsbuchstaben von Hitlers Namen. Die Tatsache, dass sie sechs Kinder hatten, war auch kein Zufall, da Hitlers Name sechs Buchstaben hatte. Goebbels war Hitlers engster Freund. Magdas Aussage, dass sie Josef Goebbels heiratete, weil sie aufgrund ihrer Liebe zu Hitler niemand anderen lieben konnte und ihm näher sein wollte, machte ihre Ehe interessant und war lange Zeit ein viel diskutiertes Detail. Josef Goebbels, eine derjenigen, die sich von der Faszination der Leinwand verzaubern ließen. Die erste bekannte Beziehung von Goebbels war das Ereignis mit Anneliese Ulich, nachdem er geheiratet hatte. Ulich war ein aufstrebender deutscher Filmstar. Goebbels hatte Ulich in ein Haus gebracht und sie gebeten, bei ihm zu sein, aber Ulich lehnte ab. Tatsächlich trat Ulich Goebbels und floh aus dem Haus. Als Folge wurde Ulich aus der deutschen Filmindustrie verbannt und begann in Italien zu arbeiten. Später, als Ulich in Italien populär wurde, wurde sie nach Deutschland zurückgerufen, aber Goebbels verhinderte, dass sie in Filmen mitwirkte. Ulich arbeitete dann als Übersetzerin für Mussolinis Familie. In einem Interview nach dem Krieg erwähnte Ulich, dass Goebbels Beziehungen zu den Schauspielerinnen hatte, die er mochte, und dass diejenigen, die dies ablehnten, aus der deutschen Filmindustrie verbannt wurden. Aus Goebbels Tagebüchern können wir schließen, dass Magda Goebbels über diese außerehrlichen Beziehungen informiert war, aber sie zögerte, dies Hitler mitzuteilen, da sie als vorbildliche deutsche Frau angesehen wurde. Magda Goebbels hatte jedoch eine Grenze der Toleranz, und dieses Mal war Josef Goebbels sehr entschlossen, sich zu trennen. Die Person, die einen Wendepunkt im Leben von Josef Goebbels markierte, war die berühmte Schauspielerin Lida Barowa. Barowa war eine Schauspielerin, die eng mit der nationalsozialistischen Ideologie verbunden war. Obwohl sie ein Angebot aus Hollywood erhalten hatte, entschied sie sich dafür, in der deutschen Filmindustrie zu bleiben und lehnte dieses Angebot ab. Goebbels verliebte sich in Barowa, aber sie war mit dem treuen Nazi-Schauspieler Gustav Fröhlich verlobt. Fröhlich hatte sich von seiner jüdischen Frau scheiden lassen, um in der deutschen Filmindustrie Fuß zu fassen. Barowa wusste, dass ihre Karriere zu Ende gehen würde, wenn sie Goebbels ablehnte, und dass sie Probleme mit Magda Goebbels haben und möglicherweise sogar von Hitler aus Deutschland vertrieben werden könnte, der ein enger Freund von Magda war. Infolgedessen ging Goebbels zu seiner Frau Magda und erklärte ihr die Situation und dass er sich scheiden lassen wollte. Goebbels und Barowa hatten Pläne gemacht. Die beiden wollten nach Japan gehen und Goebbels wollte von seinem Ministerposten zurücktreten. Magda Goebbels jedoch informierte Hitler über die Situation. Daraufhin ging Josef Goebbels zu Hitler und sagte ihm, dass er von seinem Parteiposten zurücktreten wolle. Es kam zu einem Streit zwischen Goebbels und Hitler, an dem Hunderte von Menschenzeugen wurden, und Hitler schrie Goebbels lange an. Einigen Quellen zufolge warf Hitler eine Pistole auf Goebbels und sagte ihm, dass er seinen Posten nur auf diese Weise aufgeben könne. Obwohl Goebbels stark war, würde letztendlich Hitler die endgültige Entscheidung treffen, und Hitler gewährte Goebbels eine Frist von drei Monaten. Während dieser Zeit würde Goebbels versuchen, Zeit mit seiner Frau zu verbringen und ihre Ehe zu reparieren. Nachdem Hitler von der Angelegenheit erfahren hatte, schickte er Barowa am 16. August 1938 aus Deutschland weg. Goebbels war nicht mehr Hitlers Lieblingsmann, da andere einflussreiche Personen wie Heinrich Himmler, Hermann Göring und Rudolf Hess beliebter waren und sich in einem Machtkampf befanden. Einst regelmäßig zum Abendessen von Hitler eingeladen, war Goebbels nun nicht mehr in der Gunst. Zudem wurde seine Loyalität in Auseinandersetzungen mit anderen Führungsmitgliedern ständig infrage gestellt. Goebbels musste schnell einen bedeutenden Schritt unternehmen, um seine frühere Beliebtheit zurückzugewinnen. Gleichzeitig bereitete sich Deutschland auf den Krieg vor. In dieser Zeit nahm der Judenhass zu, und Goebbels wollte diese Gelegenheit nutzen, um erneut Hitlers Favorit zu werden. Anfang 1939 wurden gefälschte Nachrichten verbreitet, wonach ein Jude in Paris einen Deutschen angegriffen und getötet hätte. Nach diesen Nachrichten gewann Goebbels mit seinen harten Reden wieder an Popularität, führte sogar eine Kundgebung an, bei der eine Synagoge niedergebrannt wurde. Natürlich reichten diese Maßnahmen nicht aus. Nach der Besetzung Polens ließ Goebbels sofort eine Filmco einsetzen, um gefälschte Dokumentationen zu erstellen, in denen behauptet wurde, dass Juden unter tierähnlichen Bedingungen lebten. Heinrich Himmler, der Goebbels extreme Judenfeindlichkeit ausnutzen wollte, brachte ihn nach Auschwitz und verlangte eine Propaganda, die die systematische Vernichtung der Juden rechtfertigen sollte. Obwohl Josef Goebbels selbst judenfeindlich war, konnte er den Besuch des Lagers nur zwei Tage aushalten und verließ Auschwitz. Goebbels erlaubte normalerweise keine Fotos während seiner Besuche und forderte seine Assistenten auf, keine Aufnahmen zu machen. Als Goebbels Hitler von seinen Erfahrungen berichtete, erklärte er, dass die Ereignisse in Auschwitz der Öffentlichkeit nicht gezeigt werden könnten und geheim gehalten werden müssten. Hitler stimmte Goebbels zu. Hier geriet Goebbels in einen moralischen Konflikt. Obwohl er die Lügen, die den Menschen erzählt wurden, am besten kannte, hatte er nicht erwartet, dass es so weit gehen würde. Doch glauben Sie nicht, dass Goebbels Gewissensbisse hatte. Einer der Hauptgründe, warum dies geheim gehalten werden sollte, war die Befürchtung, dass Himmler zum Helden werden würde, wenn die Massenmorde vom Volk akzeptiert würden. In seinen persönlichen Notizen schrieb er sogar, barbarisch, aber sie verdienen es wirklich. Mit diesen Bemühungen gelang es Goebbels, das Vertrauen Hitlers zurückzugewinnen und eine Position als Hitlers rechte Hand in der Regierung zu erreichen. Ab 1940 hielt Hitler keine Reden mehr vor der Öffentlichkeit und wurde von Goebbels ersetzt. Goebbels war so populär geworden, dass er alles, was er sagte, der Bevölkerung glaubhaft vermitteln konnte. Als die Barbarossa-Operation begann, erfuhr das deutsche Volk durch Goebbels Live-Übertragungen, dass Deutschland die Sowjetunion angegriffen hatte. Zu Beginn war die Barbarossa-Operation erfolgreich und Goebbels wandte die Strategie, die er in Polen angewandt hatte, auch auf sowjetischem Gebiet an. In diesen Filmen wurde gezeigt, dass Kommunisten und Juden auf die gleiche Weise lebten und die deutsche Bevölkerung wurde aufgefordert, die Ostfront zu unterstützen. In seiner berühmten Rede rief Goebbels zum totalen Krieg auf. Goebbels behauptete, dass die Welt nur durch die Kraft der Deutschen zu einem besseren Ort werden könne. Als Goebbels seine Rede beendete, brach ein lang anhaltender Applaus aus. Nach der Schlacht von Stalingrad kam der deutsche Vormarsch zum Stillstand und die Lage kehrte sich um. Selbst an dem Tag, an dem General Polo kapitulierte, erfüllten deutsche Radiosender die Luft mit Siegesreden und Marschmusik. Das deutsche Volk wurde ständig mit Niederlagen konfrontiert, die verheimlicht wurden, aber als deutsche Gebiete zu bombardieren begannen, wurde sich die Bevölkerung der Realität bewusst. Goebbels machte jedoch diese Situation zu einem propagandistischen Werkzeug und rief alle Deutschen im Alter von 16 bis 60 Jahren auf, sich dem Volksturm anzuschließen. Josef Goebbels, der keine militärische Erfahrung hatte, wurde zum Kommandanten des Volksturms ernannt. Über weitere Einzelheiten zum Volksturm werde ich in einem späteren Video berichten. Im Jahr 1945 wird behauptet, dass Hitler zwar gesagt hat, dass wir verlieren, aber er niemals die Niederlage akzeptiert hat. Goebbels hingegen soll Hitler kontinuierlich Mut gemacht haben, indem er behauptete, dass sie ihre frühere Macht wieder erlangen würden. Viele Historiker sagen, dass Goebbels in der Propaganda sehr erfolgreich war und sogar Hitler, der ihn am besten kannte, getäuscht habe. Während die sowjetischen Streitkräfte auf Berlin vorrückten und hochrangige deutsche Beamte versuchten zu fliehen, blieb Goebbels bei Hitler. Sogar Goebbels, Ehefrau Magda und ihre sechs Kinder kamen in Hitlers Zufluchtsort. Die Spuren von Goebbels, Treue zur Nazipartei und zu Hitler sind sowohl in seinem Leben als auch in seinem Tod erkennbar. Nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Deutschlands beging Hitler Selbstmord. Goebbels, der von dieser Nachricht zutiefst erschüttert war, verfiel in Depressionen. Er begann im Garten des Kanzleramtes, das unter russischem Bombardement stand, umherzulaufen und dachte dabei an eine der blutigsten Taten der Geschichte. In dem Glauben, dass es in einer Welt ohne die Herrschaft der rationalen sozialistischen Ideologie keinen Sinn mehr habe zu leben, bereitete er ein tragisches Ende für sich und seine Familie vor. Er ließ sich von Dr. Ludwig Stumpfäger Kaliumzyanid besorgen. Zuerst tötete er seine Frau und seine sechs Kinder, indem er ihnen je eine Kapsel Zyankali in den Mund zerbrach. Danach erschoss er zuerst seine Frau und dann sich selbst. Einen Tag später wurden die Leichen der Goebbels-Familie von sowjetischen Truppen gefunden. Ihre Körper waren verbrannt und am nächsten Tag zirrte das verbrannte Gesicht von Josef Goebbels die Schlagzeilen aller Zeitungen. Tatsächlich hatte Goebbels aus einer früheren Ehe seiner Frau einen Stiefsohn namens Harald Quandt. Als sie starben, war ihr Stiefsohn nicht bei ihnen. Harald erbte ein Industrieimperium von seinem leiblichen Vater und wurde in den kommenden Jahren einer der Anteilseigner des Automobilriesen BMW. Im vergangenen Jahr wurde Goebbels Name in einem interessanten Skandal erneut bekannt. Im Oktober 2021 wurde bekannt, dass Goebbels seit 70 Jahren in Deutschland den Ehrenbürger-Status hatte. Nachdem dies entdeckt wurde, wurde angekündigt, dass dieser Status aufgehoben wird. Goebbels, seine judenfeindlichen Ansichten, seine harten Überzeugungen, seine Fähigkeit zur Propaganda und seine Redekunst machten ihn bekannt und verhalfen ihm dazu, Menschen zu beeinflussen. Trotz seines Todes blieb seine Treue zu Hitler und der Nazipartei ebenso stark wie in seinem Leben. Die von Goebbels entwickelten Propagandamethoden werden immer noch heute verwendet, obwohl er selbst nicht mehr am Leben ist. Goebbels Leben verdeutlicht, wie Menschen in eine Ideologie verstrickt werden können und welche gefährlichen Konsequenzen diese Verstrickung haben kann. Sein Fanatismus, seine Hassreden und sein Streben nach Medienkontrolle führten zu einer der dunkelsten Epochen in der Geschichte. Das Leben Goebbels sollte von zukünftigen Generationen sorgfältig studiert werden, damit die Menschheit aus der Vergangenheit lernen und eine hellere Zukunft anstreben kann, ohne die Fehler der Geschichte zu wiederholen. Wenn Sie mein Video bis hierhin angeschaut haben und immer noch nicht meinen Kanal abonniert haben, abonnieren Sie bitte und vergessen Sie nicht, die Benachrichtigungsglocke einzuschalten. Wenn euch meine Videos gefallen und ihr keine neuen Videos verpassen möchtet, abonniert doch bitte meinen Kanal, so seid ihr immer auf dem neuesten Stand, was die Welt der gepanzerten Fahrzeuge betrifft.